Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Jetzt habe ich gerade schon wieder gelispelt. Meine Güte, ich habe momentan den Mund so trocken, sorry, ich muss gerade mal. Meine Güte, jetzt trinke ich hier schon in Videos mit Facecam, also so weit sind wir jetzt schon gekommen. Ja, ich stehe wieder vor dem Stall in New Hillcrest, denn wir wollen uns ja heute noch die Geschichte der Georgizu-Koppel zu Ende anhören. Boah, ich habe Georgizu richtig gesagt. Und ich habe Daisy Girl nochmal dabei. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen häufiger reiten, denn ich möchte jetzt mal so ein bisschen anfangen, peu a peu die alten Pferde hochzuleveln. Daydream gehört ja auch dazu, Daydream müsste ich im Endeffekt als erstes sogar hochleveln. Und Daisy Girl war dann so das erste Pferd, wo ich nicht mehr so die Zeit hatte, regelmäßig zu leveln. Weil dann die Zeit immer knapper wurde. Und ja, deswegen habe ich die Kleinen jetzt nochmal dabei. Daisy Girl, das Gänseblümchen-Mädchen. Deswegen hat sie auch hier diese schicken Blümchen an der Trense befestigt und hier hinten am Schweif. Ich habe jetzt hier übrigens gerade die Trense von dem Lifetime-Set drauf, von diesem Orkanset. Ich weiß leider den Code nicht mehr dafür. Ich glaube, auf Star Stable Help kann man sich den noch angucken. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Den kaltischen Sportsattel, weil ich da jetzt auch schon so oft nachgefragt wurde, den kann man sich bei den Kaltern im Dinotal kaufen. Oh, die rote Profidecke. So, jetzt sollen wir nochmal gucken hier. Nathalie, was hast du uns zu erzählen? Also, seitdem sind Jahre vergangen. Ach ja, genau. Wir erinnern uns zurück. Mit seinem großen Maul, sage ich jetzt mal, hat Ricky die Giorgizu-Koppel an Ivan verloren. In einem Wettkampf, nämlich genau gesagt in der Giorgizu-Meisterschaft. Und seitdem sind eben Jahre vergangen. Seitdem sind Jahre vergangen und ich habe keine Ahnung, was die anderen Mitglieder machen. Ich weiß, dass die einzigen Personen, die den Weg des Pferdes kannten, Meisterin Lucia und Ricky waren. Sie wollten ja, dass er alles übernimmt. Ricky scheint eine Menge seines Wissens vergessen zu haben, aber ich bin mir sicher, dass du ihm dabei helfen kannst, sich wieder zu erinnern. Er hat es tief in sich. Er braucht nur einen kleinen Anstoß, um sich wieder erinnern zu können. Du weißt nicht, wie dankbar ich dir für deine Hilfe bin und ich glaube, dass er auch sehr dankbar dafür ist. Er kann es nur nicht so zeigen. Auch wenn die Koppel verloren ist, heißt es nicht, dass Epona Kai das auch ist. Ricky kann immer noch den Club retten, die Koppel, meinen Stall und sogar mich, wenn er die Meisterschaft gewinnt. Also vielen Dank, dass du mit ihm trainierst, Dina. Oh, hier sind die Schuhe. Nimm sie zu Ricky und mach dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Die Qualifikationen beginnen schon bald. Es ist also keine Zeit zu verlieren. Alles klar. Oh nein. So, jetzt sollen wir doch mal gucken. Wollen wir mal im Entspannten oder wollen wir mal im Arbeitsgalopp oder machen wir mal den ganz, den entspannten... Entspannte Jagdgalopp. Haha. Das ist ja eigentlich schon nach... Da kommt ja der Renngalopp oder Jagdgalopp nach dem Arbeitsgalopp. Weil starker Galopp ist das ja nicht. So. Ah. Mit ihr war ich wirklich schon ultra lang nicht mehr unterwegs. Muss man mal schauen hier. Muss man das Interface ausblenden. Das ist echt ein süßes Bild. Vielleicht nehme ich sogar das hier für die Folge. Ich weiß es noch nicht. Ja, sie ist schon echt eine Süße. Das muss ich sagen. Ich mag zwar jetzt den Galopp der Quarter nicht unbedingt so gerne. Ähm, das ist mir ein bisschen zu zackig. Ich mag die, die weicheren Bewegungen lieber, die man ja beim, ähm, beim Morgen zum Beispiel hat. Aber naja, gut. Ach nee, hier ist Rikki ja gar nicht. Haha. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Vielleicht sollte ich mal die Karte aufmachen. Ach, da hinten müssen wir hin. So. Wo ist er denn? Hier hinten ist er. Das ist also die Georgie-Zu-Koppel. Pau, pau, pau. Okay. Oppala. Nicht mehr so stürmisch. Nicht mehr so stürmisch, Daisy. Hey. Du hast dir Zeit gelassen. Hallo. Oh, wir haben jetzt die Schuhe bekommen. Das sind diese hier. Die sehen genauso wie seine, nur quasi in weiblicher Variante, Reiten plus vier, Befehl plus vier. Sogar Championats geeignet sind sie. Sie haben zum Beispiel dieselben Werte wie diese schwarzen Reitstiefel hier. Ähm, ja, tatsächlich. 392 Jorvik-Schillinge, wenn wir sie verkaufen. Ich hebe sie mir mal auf. Ich finde sie jetzt nicht besonders schick, aber ich wollte schon immer mal so ein paar Halbschuhe haben. Ja. Vielleicht habe ich mal noch irgendwann Verwendung dafür. Ach, ich kann den Auftrag wieder nicht annehmen, wenn ich auf dem Pferd sitze. Tut mir leid, Daisy. Du kannst hier ein bisschen grasen auf dem nicht vorhandenen Gras. Was haben du und Nathalie getrieben? Ah, du hast dir bei der Vorbereitung der Reitstunden geholfen? Wie nett von dir. Oh, sie hat dir auch von der Koppel bei New Hillcrest erzählt? Tja, es ist wahrscheinlich gut, dass du jetzt das, was jetzt weißt. Naja. Genug über die Vergangenheit. Auf uns wartet ein Training. Die Qualifizierung beginnt bald und ich muss dafür in Topform kommen. Ich glaube, ich habe dank deiner und Daisy Girls Hilfe alle Wege des Pferdes im Kopf. Ja, wie gesagt, ich finde es nach wie vor interessant, dass Ricky alle unsere Pferde und natürlich auch alle eure Pferde beim Namen kennt. So, dann zieh dir am besten deine Sportschuhe an. Wir setzen uns hin und fangen mit einer kleinen Meditation an, um unseren Geist zu befreien, bevor das Training losgeht. Ich mag mir aber nicht meine Sportschuhe anziehen. Reitstiefel sind viel bequemer als Sportschuhe. Nee, 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 nee. Kommt drauf an, was man machen möchte. So, oh, Daisy Girl hat es da hinten hin verschlagen, okay. So. Na also, jetzt bin ich fokussiert und bereit. Du nicht etwa auch? Ähm, ja, 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 doch, doch. Ja, dann wollen wir mal. Okay, also, Nathalie hat dir bereits eine Menge über Meisterin Lucia und den Epona Kai erzählt. Du weißt also, dass der Fokus des Epona Kais auf dem Weg des Pferdes liegt. Wenn wir ein Pferd in Bewegung sehen, können wir erkennen, dass es bei Gefahr davonläuft, vorzugsweise in einer Herde. Aus diesem Grund haben wir die besten Verteidigungstaktiken im Jiu-Jitsu. Nichts kann sie durchbrechen. Was ist das eigentlich mit diesem Kai? Ich kenne ein Dojo beim Karate. Ich dachte, dass wir vielleicht mit einer dieser Techniken anfangen. Das Bürsten. Ich versuche dir so gut wie möglich zu zeigen, wie das geht, damit wir zusammen trainieren können. Bürsten bedeutet einfach, den Gegner oder seine Attacke wegzubürsten. Okay. Wirklich einfach. Stell dir einfach vor, dass du Daisy Girl bürsten würdest, aber anstatt einer Bürste und einem Pferd, versuch dich jemand zu attackieren. Los, Dina. Lass uns mit den Bürsten beginnen. Okay, ich hätte vielleicht Avalons alten Trainingsanzug dieses hässliche rote Ding mitbringen sollen. Das ist gut, genau so. Ähm, ich stehe einfach nur so da. Naja gut. Das war toll. Wir könnten ebenso gut zur nächsten Technik übergehen. Ja, dann machen wir das doch. Was, du willst es etwas langsamer angehen lassen? Nee, wieso denn? Das war echt gut. Ich habe mich an das Bürsten erinnert. Muss es also nicht weiter trainieren. Es ist gut so, wie es ist. Wir können gleich mit der nächsten Taktik, dem Füttern, weitermachen. Schau, nein, Schlaudina. Du hast es schon drauf, so wie du es gesagt hast. Das Füttern funktioniert wie das Füttern eines richtigen Pferdes. Nur ohne ein Pferd und ohne Futter. Ähm, ich halte die Hand dem Gegner hin und gucke, ob er reinprustet. Versuche mich einfach zu imitieren und vergiss nicht, deine Arme zu heben. Auch wenn es sich anfühlt, als ob du einen Krampf bekommst. Okay, was müssen wir machen? Ähm, so? Komm, nur noch ein bisschen. Ein kleines bisschen mehr. Ja, das ist also das Füttern. Interessant. Sieht gut aus. Nein, sieht aus, als ob du ein paar Krämpfe bekommen hast, Dina. Du bist allerdings ein Naturtalent. Alles geht so schnell. Ach, Krämpfe haben wir jetzt nicht bekommen von dem bisschen. Du brauchst keine Angst zu haben, Dina. Warum sollten wir das mehr als einmal durchgehen? Wenn du es beim ersten Mal um die 80% hinkriegst, ist es meiner Meinung nach genug. Äh, 100% und mehr geben ist da meine Devise. Es ist letztendlich nur der Vorentscheid und wird glatt laufen, jetzt, wo ich mich an alle Techniken vom Weg des Pferdes erinnere. Niemand wird mir das Wasser reichen können. Da ist sie wieder, die Selbstüberschätzung, die ihn damals die Koppel und alles gekostet hat. Die nächste Technik, die wir uns anschauen, ist das Hufkratzen. Das ist keine defensive Taktik wie die anderen, sondern eine offensive Bewegung, die deinen Gegner komplett verwirrt. Manchmal setzen diese sich sogar einfach hin, weil sie keine Ahnung haben, was gerade passiert. Mach dich also für Verwirrung bereit. Okay. Du weißt bereits, wie das geht. Genau das, was du normalerweise mit einem Hufkratzer machst. Nur ohne einen Kratzer oder einem Pferd. Folge mir, damit wir loslegen können. Ähm, was ist das denn für eine Taktik? Schau zu, wie ich es mache. Hat der gerade so gemacht? Naja. Das läuft ja super. Ich werde mich sicherlich an alle Techniken erinnern. Ja, solange du dran glaubst, ist ja alles prima und super. Okay, eine machen wir noch. Erinnerst du dich, wie ich dir davon erzählt habe, dass Meisterin Lucia mich in den Schulferien für Wochen in den Stall ausmisten und putzen, äh, hat ausmisten und putzen lassen? Ja, du warst, äh, nicht begeistert, hast du erzählt. Das hat sie gemacht, damit ich in der Lage sein würde, eine der Schlüsseltechniken zu erlernen. Eine der härtesten Techniken, das Ausmisten. Es hat Jahre gedauert, bis ich sie erlernt habe, also sei nicht traurig, wenn du es nicht sofort schaffst. Die Technik des Ausmistens kann auf verschiedene Weisen praktiziert werden, genau so wie das normale Stall ausmisten, richtig? Du wunderst dich, wie viele verschiedene Arten des Pferdemissschaufeln es gibt? Die Möglichkeiten sind endlos, Dina. Du kannst ihn ein bisschen in die Luft werfen und ihn mit einer Schubkarre auffangen oder du kannst ihn zu dem gigantischen Berg auftürmen oder du kannst, äh, warum siehst du mich so an? Lass uns lieber mit dem Ausmisten beginnen. Los geht's, Dina. Oh Gott, was für Quest. Also ich muss ja nicht wirklich was machen, aber sie sind schon ganz lustig geworden eigentlich. Gut, komm schon. Wie mistet er denn bitte aus? Er, das ist so eine Kamehamehameha. Ah, ein guter Anfang, aber du musst wohl noch etwas mehr üben. Es hat, wie gesagt, eine ganze Weile gedauert, bis ich jetzt erlernt habe. Das sah aber bei ihm nicht aus wie Ausmisten. Wie gesagt, das sah aus wie, 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 wie Dragon Ball. Irgendwelche Kampftechniken da. Na ja, gut. Ich würde jetzt aber sagen, ich verabschiede mich für heute erstmal. Morgen geht's dann weiter mit den Themenfolgen. Morgen Themenfolge und Cardi's Wins in Wales und Sonntag noch eine Themenfolge. Und Montag sehen wir uns dann wahrscheinlich hier wieder. Vielleicht mache ich auch einen Zusammenschnitt des Streams. Ich weiß es noch nicht genau. Mal schauen. Aber ich denke vielleicht, wahrscheinlich eher die Quests. Ich überlege es mir mal noch. Guckt einfach in den Uploadplan, da wisst ihr es früh genug. Und ja, dann macht's gut. Habt einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.